Wichel an alle verfickbaren Einheiten. Die neuen Folgen Notruf Hafenkarte sind da. Na endlich wird's wieder spannend. Das war auch dringend notwendig. Leute, ihr habt's gehört. Ab sofort. Im ZDF. 19.25 Uhr jeden Donnerstag. Notruf Hafenkarte. Mit neun Patenten-Fällen. Und einer ordentlichen Portion Action. Quer durch Hamburg. Und über Hamburg. Das alles erleben wir gemeinsam mit den besten Fans der Welt. Mit euch. Vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank für eure Treue.